Ding, long, dongelong, da bin ich wieder. Es ist unglaublich, er ist wieder da, der S-Card, und er steht immer noch hier rum. Ja, wir machen das Wichtigste wieder zuerst, unser Hobbit-Geschenk. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles im Inventar habe. Ach, ein winziger Auf und Kupferreste. 300 Kupferreste für 300 Silber. Ja, Sinn, äh, nicht da. Gold-Obergrenze erhöhen, weiß ich auch. Okay, 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 und auf geht's zum Briefkasten. Warum ist das eigentlich so laut gerade? Mein Gott, ich mache ein bisschen leiser. Ich höre ja hier gar nichts. Apropos, ich höre nichts. Wie ihr merkt, kann ich nicht wirklich gut reden, weil ich so ein bisschen erkältet bin. Ist bei 30 Grad im Schatten supergeil. Also kann ich jedem nur empfehlen, also, wenn ihr mal richtig, äh, ne, das richtig auskosten wollt den Sommer, dann, äh, holt euch eine Erkältung. Das ist richtig super. Das macht richtig Spaß und, äh, ja, okay. Was haben wir denn hier? Ein, jemand, der... Na hallo, Eskalab, ich bin ein Abonnent deines Kanals, schau auf deine LPs wieder rum, aber leider nur unregelmäßig. Was? Momentan spiele ich auch nicht wirklich, komm mal. Aber man ist ja gierig wegen der Arbeitgeschenke täglich an. Wenn du wegen der Simkronon jemanden brauchst, kannst du meinen Rudi gerne dazu einladen. Ich kann nur nicht versprechen, dass ich regelmäßig spielen werde. Ist auch kein Problem. Solltet ihr noch eine Mitgliedschaft fehlen, könnte ich die auch noch, den einen, auch noch ein Chart des Accounts meiner Tochter. Okay. Ähm, die spielen nicht mehr wirklich, weil der ist wegen Pubertät die nächsten Jahre geschlossen. Und andere Dinge sind halt wichtiger. Okay. Ja. Okay. Alles klar. Dann schreibe ich mir noch den Namen mal auf. Das ist... Marti Farlas. Marti Farlas. Und ich glaube, ich lösche das mal. Ich brauche das ja nicht mehr so. Wenn ich mich jetzt recht erinnere... Ich habe hier meinen Zettel. So. Was haben wir denn hier? Die... Sippengründung. Ach, jetzt habe ich keinen Namen. Ich habe aber vier Leute. Mit mir wären es fünf. Ich brauche fünf, ne? Äh... Was? Wann sind das denn acht? Das sind doch fünf gewesen. Wie sind das jetzt acht? Hä? Das waren doch immer fünf. Wollte mich verarschen. Turbine. Wollt ihr mich jetzt ganz veräppeln? Das sind doch... Das waren doch immer nur fünf. Warum sind das immer acht? Scheiße. Ja. Und da ist irgendwie... Einen Supportfehler? Egal. Ja. Nichtsdestotrotz, ich kann noch keine Sippe gründen. Ich hätte jetzt mit fünf fertig das jetzt gemacht. Auch wenn ich keinen Namen habe. Aber jetzt habe ich zumindest Zeit, mir einen Namen zu überlegen. Weil ich habe jetzt vier Leute. Für die, die es interessiert, ich kann es ja mal vorlesen. Das ist jetzt der eben erwähnte Mati Falas. Dann ist das Zarax. Dann ist das Shana Tok. Und dann ist das Joe Helm. Also wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, ihr seid auf der Liste. Wenn du nicht dabei warst, dann schreibt mir eine PN-In-Game mit deinem Namen, den ich... Des Charakters, den ich einladen soll. Dann wird der Name mit auf die Liste gepackt. Und wenn es sieben Namen sind, dann plus meiner. Wobei ich vielleicht noch meine bessere Hälfte mit einladen könnte. Dann hätte man... Dann würden nur noch... Ja, da würden nicht so viele fehlen. Aber ich versuche in der Möglichkeit, das alles voll zu machen. Weil wenn die Leute rausgehen, dann wird die nämlich auch wieder gelöscht, die Sippe. Das ist nämlich ziemlich doof. Das heißt, es wäre besser, wenn es mehr sind, weil wenn einander keinen Bock mehr hat, dann wird das ganze Ding nämlich wieder gelöscht. Und inaktive Accounts nehme ich auch, weil dann sind einfach welche drin. Das sind dann so Geistdinger, aber... Ist zwar nicht schön, aber es funktioniert. Ja, aber jetzt haben wir genug gelabert. Und ich würde sagen, wir machen mal eine Quest, ne? Im Breland machen wir keine Quest. Ich würde ja jetzt gerne wieder den Instanzenfinder machen, aber... Da, das, was ihr jetzt gerade seht, ist nämlich das, was ich jetzt gerade aufnehme, ist nämlich das, was heute Nachmittag dann veröffentlicht wird. Das heißt, diese Folge, die jetzt gerade in diesem Moment läuft, ist das, was du jetzt guckst. Das habe ich nämlich heute Morgen aufgenommen. Ja, so aktuell ist das ganz gerade. Also aktueller geht es gar nicht, eigentlich. Es sei denn, ich würde einen Livestream machen. Ich wollte eigentlich jetzt ein paar... Hallo? So. Jagd auf Träger brauche ich auch nicht. Oh, nur die Taten, zack. Ich hoffe, ich muss nicht allzu sehr schniefen wegen Nase und so. Ach, du Jemne. Okay, ich muss hier rumlaufen und töten. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich weiß nur noch nicht, was wir töten müssen. Also die einsamen Lande sind auch... Die haben ihren Namen nicht umsonst. Die sind dann auch eher einsam. Und da ist ein Keiler, den ich für mal eben zwei Quests brauche. Und irgendwas hat mich angegriffen. Ihr habt eine herumschleichend... Ach so, hier sind ja... Ach, genau. Wo ist der denn? Na komm, wo ist er? Hier gibt es nämlich diese herumschleichenden Kreaturen. Da ist er! Hier sind nämlich ein stiller Gelbfang. Die sind nämlich so... Die sind nämlich Stealths. Die sieht man nämlich sofort. Die schleichen sich dann an und beißen einem in den Hintern. Also nicht wirklich in den Hintern, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst es doch. So, zack. Anzahl gesammelter Wolfsfälle. Und Anzahl gesammelter Wolfszähne. Und Anzahl gesammelter Wolfsschwänze. Mein Gott. Das geht ja wie am Schnürchen hier. Ich mach mal die Off-Stands, damit ich ein bisschen mehr... Damage mache. Und mache mich mal auf in die Richtung dort. Nicht... Dich werde ich nicht angreifen, sondern den Kailer. Das kleine Hälschchen, ne? Das kleine Hälschchen. Ja, Level 22 sind die mir alleine. Das ist nicht mehr so weit weg. Beinknochen und Kailerfüße. Haben wir auch. Da muss ich nur Krippe 1 töten. Und der Rest ist alles... Achso, und diese Erbstöcke, die waren manch da in diesem Lager. Wo ich jetzt gerade dann vorbeigelaufen bin. Aber es... Ja, komm ich doch hin. Guck mal hier. Ich greife jetzt einfach die von hinten an und drehe die in den Rücken. Sie werden es nicht kommen sehen. Wollen wir vielleicht hören. Ich werde dich töten! Ja! Scheiße. Hat ja gut funktioniert. Also wenn ich im Laufe der Folgen immer nasaler werde, stört euch nicht dran. Ich kann einfach nie anders. Weil ich kann mir jetzt auch schlicht die Nase putzen, weil das... Ne, ist nicht so geil. Und ich muss die gar nicht töten. Sammelt anarchische Erbstücke. Ist das noble Taten? Fliegen die so rum? Fliegen... Ich komme ja nicht mehr weg, ne? Grab. Sie, sieh, sieh, Scrap. Hauptmann der Flüchtlinge, komm. Scheiß drauf, töten. Wir können uns ja nicht so viel anhaben gerade im Moment. Bisschen rauszoomen, dann seh' ich auch was. Und dich nehmen wir auch noch mit. Und gestunt. Bam! Schön gecrittet. Zweng, Leder, Panzer, Handschuhe der Lebenskraft. Mein Gott, Mann, Tim. Huch. Ah, Moment. Machen wir mal den hier. Wir sind ja faul. Bekanntermaßen sind wir ja faul. Habt ihr ja schon gemerkt. Brrt. Machen wir den auch nochmal. Zack, sind die alle tot. Die ist die erste. Und der ist auch tot. Und der ist... Auch tot. Was hab ich da gerade für ein Item bekommen? Na, nicht gut genug. Meine Ausrüstung ist gar nicht so mies. Also muss ich ja mal zugeben. Was ist das denn? Okay, Bilvisse. Ja, Bilvisse töten ist auch immer super. Also scheint's dir auch genug von zu geben. Das ist von Bilvisen. Die Ollen Bilvisse. Das gibt bestimmt wieder eine Tugend. Tötet Bilvisse. Der sieht ja auch nett aus. Na, komm her. Glock. Und... Und Tatbilvisbezwinger. Ach, und die geben auch noch Ruf. Ach, das ist ja cool. Und wofür? Tatverliehen. Tötet Bilvisse. 30 Stück. Was? 60. Alter, Falter. 60 Stück. Huch. Ich spürt, dass sie eine Kreatur in der Nähe befindet. Ich seh sie aber nicht. Da ist sie. Die Kreatur. Die ganzen Wölfe. Als Jäger kann man die mal nicht aufdecken. Wenn ich mich recht erinnere. Ich hab hier mal einen Hunter gespielt. Ich hab hier mal einen Hunter gespielt. Ich meine, das ging. Aber ich weiß es an mir genau. Panzer besiegter Sperrwerfer der weißen Hand. Und... Ich lauf jetzt einfach mal den Berg da hoch. Da wird schon jemand sein. Weil die erste Folge, wenn ich auf meine Uhr gucke, ist auch schon fast wieder vorbei. Und ich wieder so viel erzählt habe. Ach, da sind die Kribeien. Ja, guck mal einer an. Die hab ich da auch gesucht. Die scheiß Viecher. Die nerven eh jetzt. Die sind so ätzend, diese kleinen Vogeldinger, ey. So, da komm mal her. Oh, das geht schnell. Und... Neu-Tat-Kribeien-Bezwinger. Eskalib-Flügelspalterin. Cool. Wie viele? 60? 80! Alter, ihr habt sie doch nicht alle, ey. Wer legt sich denn so weit raus? Die fahren doch nicht 80 von den Dingern ab. Ihr spinnt doch. Oh, der sieht aber nicht mehr so gesund aus. Der rasende Schmetterhau. Was? Der hat mich geblockt. Die Sau. Das fällt dir mal hin. Mein Hals ist voll am Kratzen und alles. Ah, hey. Das ist doch kein Zustand hier. So kann man doch nicht aufnehmen. Dann muss ich nachher noch Minecraft aufnehmen. Hat keinen Spaß werden. Dann muss der Marzel halt mal ein bisschen herreden. Wer sich fragt, woher ist der Marzel? Wer ist denn der Marzel? Guckt Minecraft, dann wisst ihr's. Kann ich nur empfehlen. Das geht super geil ab. Auch wenn ich da rumgimpe oder ende. Und, äh, naja. Reden wir nicht von Minecraft. Wir haben ja Heldring gespielt. Oh, guck mal, die Wetterspitze. Toll. Im Sternenlicht. Das sieht doch geil aus. Hat die mich ent... Ne, okay. Der hat mich entwaffnet, glaub ich. Die halten nochmal ein bisschen mehr aus jetzt. Der ist 23. Gut, das ist nur ein Level. Unter mir. Bist du aber auch dran, ey. Da bist du nur am rumkloppen. Na, komm. Und ich krieg 8 Ruf, aber ich weiß nicht, wo. Es wäre natürlich spaßig zu wissen, wenn ich jetzt mal wüsste, wo es losgeht. Das würde es mir natürlich irgendwie anbieten. Ne, ich sammle jetzt erstmal fleißig ein und töte und mach und tu. Ach, guck mal, hier haben wir noch... Meine Güte, hier ist noch, äh, Möglichkeiten. Möglichkeiten. Ne, Decken aus Wolfsfällen. Okay, hier gibt's keine Wölfe. Die sind mehr am links. Und warum möchte ich den Jagdauftrag hier drinnen? Den wollte ich gar nicht. Ich will nicht den Jagdauftrag. Ich will das. Findet den vermissten Wagen. Der ist doch hier auf dem Weg, ne? Ja, komm mal, dann laufen wir mal in die Richtung und dann gehen wir nochmal ein paar Wölfe kloppen auf dem Weg. Und laufen alle schon fast wieder raus aus dem... aus den einsamen Landen. Die haben noch ein paar Hauer mit. Das ist allein für ne Ruine. Das ist schon irgendwas am Mauer? Ne, das ist nur irgendeine Ruine. Könnte man ja mal hingehen und mal gucken, ne? Klar, dann ist ein bisschen side-gesehen. Ach, hier gammelt auch noch so ein Bilvis rum. Alles voll mit dem. Keilerfüße. Gut, dass die Dinger nicht das Inventar vollstampfen. Das wäre super ätzend, weil gerade bei solchen... so vielen Sammelquests. Bilvis Wappenröcke. Okay, okay, okay. Hallo, Bilvis. Ne, komm mal mit, mit, komm mal mit, mit. Weil ich jetzt den dritten auch noch nehmen soll. Stunzen mich erst mal diese Drecksäcke. Ich werde euch trotzdem vernichten. Hier einen kleinen Dreckssack. Hier kleinen Drecksäcke. Und don't. Hallo? Don't, habe ich gesagt. Nehmt's immer noch. Na, geht doch. Huch. Er kam direkt vorbei. Ein Sperrwärter. Wenn man mir schon die Wahl lässt, ne? Ich wollte auch in diese Ruine gucken, meine ich. Und da ist auch noch ein Bilvis. Aber ich glaube, das mit den 60 Bilvisen ist gar nicht so kompliziert. Weil ich glaube, wir haben jetzt schon die Hälfte oder so. Nein, die Hälfte nicht, aber schon einige. Und ein Stein gegen den Kopf. Kaboom. Die Wunde hat auch nicht funktioniert. Ne, seit ich mir nur drei Tasten drücken muss. Drei Tasten Mage. Ne, das war ein anderes Spiel und eine andere Klasse. Was der es mit dem Mage natürlich irgendwie jetzt auch suggerierte, dass es ein anderes... Ne, egal. Vergesst's. Vergesst, was ich sagte. Kümmern wir uns lieber um diesen Rhabarber. Hm, Rhabarber. Da geht's doch Bock drauf. Aber Rhabarber ist jetzt... Ha, fast. Noch nicht ganz. Aber die Saison ist eigentlich schon so gut wie vorbei. Deswegen sollte man Rhabarber jetzt nicht mehr essen. Weil der nicht mehr... Ne? Gutes. Ach, der haut ab. Ah, Droh mal anzugreifen. Ich kloppe dir trotzdem einen mit der Axt weg. Was ich eigentlich für eine Axt habe? Das ist voll das Riesending. Das sah so klein aus. Das ist voll das große Teil. Voll cool. Ich mein, episch ist zwar was anderes, aber... Das mag an unserer unglaublich epischen Bekleidung liegen. Weil die einfach... Ne. Also... Naja. Ist halt noch nicht so geil. Du ist schwer.